Der verdammte Sprengwagen, wer wird uns hier die ganze Nacht aufhalten? Nein, das wird er nicht. Jane muss ihre Talkshow machen. Wir werden zu spät kommen! Die Jane Mansfield Story erzählt von ihrem Witwer Mickey Hargitay, verkörpert durch Arnold Schwarzenegger. Jane hat in zwölf Filmen die Hauptrolle gespielt. Leute, die mit ihr gearbeitet hatten, sagten, dass sie zu jedem am Drehort freundlich war. Ein Jahr lang war sie der Hollywood-Star, der am meisten Publicity hatte. Jeder, der sie kannte, sagte, sie wird schon wegen des Wortes himmlisch, das ich ständig sagte, in Erinnerung bleiben. Für mich wird sie wegen sehr viel mehr in Erinnerung bleiben. Wegen ihres Lachens, der Treue, der Energie, der guten Zeiten. Vielleicht war ich der Einzige, der die echte, wirkliche Jane kannte. Meine Jane. Oh, Darling, ich liebe dich! Ich bin ganz oben! Erfahren Sie alles über Aufstieg und Tod des tragischen Weltstars Jane Mansfield. Mit Lonnie Anderson als Jane Mansfield und Arnold Schwarzenegger als Mickey Hargitay. Oh, I'm loose! Ich liebe dich, mein Baby. Darauf nehmen wir einen Drink. Die Jane Mansfield Story Ein Film von Dick Laurie Man ist Ja thing, A special-Kartee A special-Kartee Errein